Hallo ihr Lieben, jetzt ist Wiederholerzeit. Ich stelle mal noch den Hocker hier weg. Bisschen mindestens. Ja. Das ist glaube ich jetzt 22 Uhr. Ja. Wie immer recht spät. Aber nicht ganz so spät wie gestern. Wo ich ja gestern noch unterwegs war. Das klappt nicht gut. Da möchte ich mal die Kamera ein bisschen... So, dann muss ich nicht ganz danach hier in den Schrank und habe hier ein bisschen mehr Platz. Allerdings nicht viel. Gestern war das Video auch viel heller. Wie läuft das in dem Licht? Ein bisschen, ja. Ich fahre Auto. Heute habe ich kein Alkohol getrunken. Habe ich nicht. Aber sonst ist das ja langweilig, ne? Das Leben ist sonst langweilig. Ich fühle. Ich fühle mich nicht an. Vielen Dank. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Seitdem ich Hula habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen dicker geworden. Ich weiß auch nicht. Woran das liegt? Keine Ahnung. Ich kann es so variieren ein bisschen. Ich mache jetzt immer nach vorne und nach hinten. Und manchmal berechtet man so, nach links und nach rechts. Und weiter runter. Jetzt langsam besser. Einen halben Monat mache ich es jetzt auch schon jeden Tag. Ungefähr einen halben Monat. Ich will jetzt mal nachgucken. Ungefähr ist es einen halben Monat. So, das geht auch ganz gut. Ich habe das Gefühl, es ist schneller, wenn ich links und rechts mache. Aber kann mich auch täuschen, das Gefühl. Ich weiß es nicht. Und jetzt reicht es auch für heute. Unten war eine Pizza im Ofen oder ist eine Pizza im Ofen und die ist jetzt fast fertig. Ich wünsche euch einen schönen Abend bzw. Tag oder morgen, was auch immer. Ich habe schon mein neues Armband gesehen für meine Fitbit. Schön, oder? Habt einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Immer schön mitmachen beim Mulan.